Sura 109 Al-Kafirun Die Ungläubigen offenbart zu Mekka 6 Ayat Im Namen Allahs des Allerbarmers des Barmherzigen Sprich, O ihr Ungläubigen, ich diene nicht dem, dem ihr dient, und ihr dient nicht dem, dem ich diene. Und ich werde nicht Diener dessen sein, dem ihr dient, und ihr werdet nicht Diener dessen sein, dem ich diene. Ihr habt eure Religion, und ich habe meine Religion.